ich bin an die ich bin spirituelles medium und ich bin hier auf erden um euch zu helfen in euer heil zu kommen und ich habe davor ja schon als therapeutin gearbeitet habe festgestellt dass die frequenzen des lichts das sind was wirklich wirklich halt ganz tief und heute geht es also um die heilung deines herzens und ich werde erzengel charl für dich channel bin selbst sehr gespannt was er sagt was getan werden kann um das verwundete herz das verletzte herz zu halten alles was wir beide jetzt machen ist in den eifer zustand zu gehen und die lichtwelt sprechen zu lassen am besten ist es wenn du dich hinsetzt und deine füße auf der erde hast du kannst dich aber auch hinlegen und einfach die verbindung über deine fersen nach unten ins energiefeld von mutter erde fühlen gut dann geht es jetzt los wir schließen am besten die augen denn dieser leichte alpha zustand ist gut da kann die lichtwelt diese traumatischen ebenen aus deinem frequenzfeld herauslösen du bist mit deiner aufmerksamkeit in dein herz denn darum geht es heute und du fühlst wie die energie deines herzens sich ausbreitet in deinem körper du lässt dir wirklich die zeit zu füllen wie diese energie über dein herz fließt in deine fingerspitzen in deine haare in den kopf und dann über deinen körper nach unten bis zu deinen zehenspitzen du fühlst die frequenz des lichts und da ist sie schon die energie von erzinger schaul ein lichtwesen kommt auf dich zu du wirst jetzt ganz sanft eingehüllt in eine lichtkugel du gehst mit deiner aufmerksamkeit in deine füße um dich gut anzubinden an das energiefeld von mutter erde und während dieses channelings gehen wir jetzt mit aspekten deines seins nach oben in die frequenzen des lichts und du öffnest das energiefeld und die ebenen des lichts verbinden sich mit deinem seins du gehst mit einer aufmerksamkeit mit diesem lichtwesen mit denn die aspekte deines seins gehen nun höher 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 und höher und erzengel schaul zeigt jetzt schon dass er dich mitnimmt in einen liebes und licht tempel jeder engel hat einen großen licht tempel jeder erzengel und so hat auch erzengel schaul einen tempel einen liebes tempel aus licht und so betrittst du die großen hallen des lichts in diesem liebes tempel und du fühlst wie energien wie so winde durch diese räume fließen durch diese lichträume und du fühlst wie ganz viel leid weggezogen wird aus deinem energiefeld aus deinem lichtkörper und wir schauen uns jetzt an was erzengel schaul zu sagen hat zu dem thema herzenheilen mein einzug meine energie hält ein zug in diesen raum ich bin samuel eure körper sind so pulsierend jede pulsierung jede frequenz deiner energie in deinen organen in deinem lichtkörper ist eine vibration ein verbinden an energie so wie ein schmetterling auf erden ein impuls gibt und auf einer anderen frequenz ein windstoß passiert nur durch den flügelschlag eines schmetterlings so ist dein energiefeld und das pulsieren deiner liebe etwas das in diesem universum ein resonanzfeld hat deswegen ist es so wichtig dass die menschen hier auf erden immer mehr in eure liebesschwingungen kommt die erde und gaia haben ein zentrales element in diesem universum denn die erde mit all diesen lichtwesen und den menschen pulsiert so stark weil ihr wesen in der lage seid so stark zu pulsieren also seid ihr menschen die schmetterlinge die es bedarf in diesem universum um große energien der liebe überall auch auf anderen planeten in diesem universum eine art kettenreaktion zu vollziehen nun ist es so dass je größer die liebesfrequenz ist die ihr in euch wahrnehmen könnt und die ihr erfahren habt eure energie in euren zentren ganz stark an energie fließen lässt pulsieren lässt das stärkste energiefeld der liebe sitzt in eurem herz in dem physischen organ so wie in eurem herz chakra es sitzt aber auch in euren unteren beiden chakren und den organen die angeschlossen sind an die unteren chakren dein darmsystem die frequenz der liebe sitzt ebenso in deinem skelett und dann natürlich in jeder kleinen frequenz deiner zellen bekommst du sehr viel liebe mit im laufe deines lebens ist dein energiefeld so hoch viele menschen die in sich geklärt sind und heil sind wirken auf dich energetisch sehr stark du hast das gefühl sie haben eine große aura sie wirken auf dich geklärt und heil es liegt daran dass ihr energiefeld so hoch schwingt denn sie sind ein liebes frequenzfeld das selbst energie und liebe produziert und dies dann so wie ich es erklärt habe auch verbindung hat mit allem was ist je heiler du bist und desto mehr du liebst desto stärker ist deine energie und dein energiefeld hat man dich nicht mit liebe gegossen so bist du wie eine pflanze die kleiner wächst weil sie nicht genug und wasser also liebe bekommen hat wurdest du sehr gegossen und sehr gestellt mit liebe in deiner kindheit wirst du eine große kraftvolle pflanze ein baum das gute daran ist dass wir alles nachträglich korrigieren können das gebrochene verletzte herz hat also nicht nur etwas damit zu tun dass du in liebesbeziehungen nicht die liebe erfährst du möchtest sondern deine liebesfrequenz hat damit zu tun wie du in deiner kindheit bereits geliebt worden bist denn alle menschen die du im laufe deines lebens erlebst die dir widerfahren die du dir begegnen haben etwas damit zu tun in welcher weise du dir als kind gewahr warst der liebe die dir zuteil wurde beginnen wir nun also liebe also wasser in diese schöne pflanze die du bist hineinfließen zu lassen und bitten wir uns danach der frequenz deines herzens in der du ein gebrochenes herz hast ein broken heart syndrom so wie ihr menschen das gerne nennt aufgrund von liebesbeziehungen die für dich nicht glücklich ausgegangen sind und so gehen wir in die frequenz deiner kindheit und mit deinem inneren jahr gibst du mir die erlaubnis dass ich beginne dein herz und deine unteren chakren und sein ganzes knochensystem aufzuladen mit liebesfrequenzen die du benötigst und benötigt hast um groß zu wachsen um viel kraft und energie zu werden alles was du tust ist empfangen hangen Untertitelung des ZDF, 2020 Du kannst dieses Video öfter anhören, denn irgendwann wirst du fühlen, dass deine Organe, das Herz, die unteren Organe und die Chakren und dein Skelett sich befreit anfühlen. Das ist der Moment, an dem du aufgeladen bist mit der Liebesfrequenz, die du in deiner Kindheit gebraucht hättest. Widmen wir uns jetzt den Frequenzen deines gebrochenen Herzens durch Menschen, die du liebst und die ihre Liebe so nicht erwidern, wie du es brauchst. Partner, die du wählst in deinem Leben für Liebesbeziehungen. Einige der Partner triffst du wieder, weil in anderen Leben unschöne Dinge passiert sind und ihr beide euch vorgenommen habt, dass ihr die Frequenz der Liebe in diesem Leben liebt und alles Leid dadurch gelöscht wird. Oft ist es so, dass dein Gegenüber aber nicht motiviert wird aufgrund von seiner Liebe zu dir, sondern aufgrund von Ego-Strukturen oder Leid und Unliebe, die er selbst oder sie selbst widerfahren haben in ihrer Kindheit und deswegen nicht in der Lage sind, frei zu lieben. Bist du denn in der Lage, frei zu lieben, wenn dein Herz und deine Liebe aus der Kindheit auch noch nicht komplett auf 100% gefüllt sind? Vielleicht hast du selbst Unleid kreiert, unbewusst bei deinem Gegenüber und Knöpfe gedrückt. Nun geht es darum, dass wir dich entkoppeln von Menschen und Partnern, die dir wehgetan haben. Dass du überhaupt Menschen zugelassen hast, die dir wehtun werden, hat damit zu tun, dass du von dir selbst denkst, dass du es verdient hast, nicht richtig geliebt zu werden. Das liegt daran, dass du als Kind das Gefühl gehabt hast, dass du irgendwie falsch bist, wenn du nicht 100% geliebt wirst. Diese Kodierung löse ich jetzt aus deinem Energiefeld und zusätzlich löse ich die Menschen ab, die dir wehgetan haben und dein Herz nicht so geliebt haben, wie es richtig ist und natürlich. Akuna Katsai, Suna Katsai. Meine Energie hält nun Einzug in dein Herz. Meine Energie hält nun Einzug in dein Herz. Alle Energie, die du gesendet hast deinem Gegenüber, die benutzt worden sind für sein oder ihr Vorteil, kehre nun wieder zu dir zurück. Und du lässt los. Alles Leid, lass einfach los. Übergib mir dein Leid. Ich heile dein verwundetes Herz. Je öfter du diese Übung machst, desto mehr wirst du fühlen, dass dein Herz immer reiner wird. Denn die leidvollen Erfahrungen in Partnerschaften, in denen du Unliebe erfahren hast, führt dazu, dass dein Herz regelrecht kleiner wird. Es liegt daran, dass dein Energiefeld, dein Herzfeld nicht mehr so pulsiert. Und wir möchten Menschen, deren Herzen heil sind, damit ihr pulsiert und das Universum ansteckt mit eurer Liebe und eurer Energie. Du kommst ganz langsam wieder zurück in deinen physischen Körper aus diesen hohen Ebenen des Lichts. Deine Geistführer und Geistheiler und Geistführer bringen dich sanft wieder nach unten. Die Frequenz von Mutter Erde in deinen physischen Körper. Du führst deine Füße, deine Hände. Du öffnest deine Augen. Alle Anteile integrieren sich zurück. Ja, das war für mich auch super spannend, was Erzengel Schaumel da gesagt hat. Das ganz neues Wissen, das wusste ich nicht, dass wir wie so vibrierende Energiefelder sind, die, also ich habe es so gechannelt, gesehen, wie solche, ja, regelrecht wie so Stöße sind, liebe Stöße. Sehr, sehr, sehr interessant. Vielen Dank an die Lichtwelt und Erzengel Schaumel, wie schön, ihn zu channeln. Ja, ihr Lieben, es macht mich unendlich glücklich, diese Arbeit für dich zu tun, Botschafterin zu sein, mit meinen Gaben für dich, dass du mehr in dein Heilsein hineinkommst. Es ist das Heilste, was ich bis jetzt erlebt habe bei Teilnehmern von Workshops oder in Einzelsitzungen. Die Lichtwelt vermag wirklich die wahre Heilung zu vollbringen. Und ich hoffe, dieses Video macht dich unendlich heil und hilft deinem Herz, frei zu werden. Fühl dich ganz liebevoll umarmt. Bis ganz bald, deine Annelie. Liebe Senden ist immer gut. Ciao, ciao.